Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Max hier. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil ich nur noch sechs Prozent Akkuverbrauch habe. Wir sind jetzt bei McDonalds und wir haben hier unsere Dingens gekauft. Dann wird jeder drei Schicksal gekauft und dann klappen wir die gleiche aufeinander. Das ist größer als der Triple und dann essen wir das. So und wir fahren jetzt. Wir filmen jetzt mit der Action Cam, weil mein Akku der ist. Ja, hier gibt es jetzt drei Cheeseburger, weil das ringsiger ist als ein Triple Burger. Und jetzt packen wir die aus und legen sie auf ein Hand her. Ja, ich habe jetzt hier einen Cheeseburger und mein andere Cheeseburger und dann habe ich jetzt noch einen. Jeder hat drei Cheeseburger. Und dann habe ich jetzt hier meinen dritten und dann drücke ich das nach. Und drei, zwei, eins, go! Na 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 Ja, Maxi hat die dreifache Cheeseburger-Challenge gewonnen. Wette. Ein Cheeseburger auf einer Ehe-Gelachtel. Und jetzt kommt es. Ja. Der Verlierer, der Verlierer, der kriegt eine Bestrafung. Wir gehen jetzt in den Film Dumm und Dömer. Und wenn ihr wissen wollt, was es mit diesem seltsamen Ding auf sich hat, dann klickt doch auf die Bildschirme, um euch zu antworten. Tja, Maxi hat das Teil zerstört, deswegen könnt ihr leider nicht erfahren, was es damit auf sich hat. Läuft bei mir.